Hey Leute, das Neo Magazin Royale ist da, wird alles ein bisschen anders, denn wir laufen auch im großen ZDF, aber hey, mein Herz schlägt weiterhin für ZDF Neo. Guckt mir Jan, ich bin einer von euch. Ich keep es auch in Zukunft real, versprochen. Jan, jo, kommst du bitte. Mit dem zweiten sieht man besser. Wahnsinn, das ist das Hauptprogramm, ne? Fühlt sich anders an, also gut, authentisch, viel authentischer.